Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Frühling. 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 Nummer 9. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Frühling ist die Zeit der Hoffnung und des Neubeginns. Der Frühling ist die Zeit der Hoffnung und des Neubeginns. Der Frühling ist die Zeit der Hoffnung und des Neubeginns. Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen kündigt sich der Frühling an. Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen kündigt sich der Frühling an. Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen kündigt sich der Frühling an. Im Frühling erwacht die Natur aus dem Winterschlaf und die ersten Blumen blühen. Im Frühling erwacht die Natur aus dem Winterschlaf und die ersten Blumen blühen. Im Frühling erwacht die Natur aus dem Winterschlaf und die ersten Blumen blühen. Im Frühling singen die Vögel und alle Tiere sind wieder aktiv. Im Frühling singen die Vögel und alle Tiere sind wieder aktiv. Im Frühling singen die Vögel und alle Tiere sind wieder aktiv. Im Frühling freuen sich die Menschen über längere Tage und wärmere Temperaturen. Der Frühling ist die Zeit, neue Pläne zu schmieden und alte Projekte in Angriff zu nehmen. Und gib uns bitte ein Like. Dann, wennUnispult cub werden sollte. Alles in thousand sind die für die Fragen erstellt. Im Frühling singen die Wögel und alle Töne. Ein Simmel servitor in Angriff blühen können. Unterern, desnecess Dattern, L Navy-etzung für das U. Sci Ș у coloring wird sein. Vielen Dank.